Hallo Olli, ich bin voll fertig. Guck mal hier im Dunkeln auf dem Bangui-Wobbler. Ich weiß nicht, könnte wieder Richtung Meter 20 gehen oder so. Ich halte das nicht aus. Ist der abmarschiert, ich bin platt. Guckt euch diese Klamotte an. Das ist ein Krokodil. Guckt mal hier den Vergleich Hand und Füch. Das ist unglaublich. Da hängt der Wobbler. Da ist er.